Vor mir liegt hier einmal das ganz normale Linux Mint, wie wir es alle kennen und auf der anderen Seite liegt bei mir hier ein Linux Mint Debian Edition, also ein LMDE in der Version 6. Also beides die neuesten Versionen und ich möchte diese beiden Distributionen heute nochmal vergleichen, was diese natürlich miteinander verbindet und inwiefern die Zukunft aussieht und ob wir alle von unserem ganz normalen Linux Mint eventuell direkt auf LMDE 6 wechseln sollten. Diese und weiteren Sachen würde ich sagen klären wir jetzt. Ich denke die meisten von euch werden Linux Mint, das ganz normale Linux Mint kennen. Ich denke, wenn ihr meinen Kanal schon mal irgendwann gesehen habt, dann wisst ihr, dass das tatsächlich meiner Ansicht nach das System ist, was ich aktuell für jeden Anfänger empfehle. Das Ganze ist tatsächlich basierend auf Ubuntu und die Linux Mint Entwickler nehmen die Ubuntu Basis und packen da ihre eigene Oberfläche drauf, ihre eigenen Tools und tauschen auch im System eventuell die ein oder andere Komponente in gewisser Weise aus. Vor allen Dingen haben sie hier kein Snap drauf, sondern Flatpak, das sind so zwei neue Paket-Technologien, die sich so ein bisschen in den Haaren haben, sagen wir es einfach mal so. Oder jedenfalls die Nutzer, die Entwickler selber, ich glaube denen ist das selber ziemlich Wurst, sage ich jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite haben wir einmal ein Linux Mint Debian Edition, ein LMDE 6. Ja, was ist denn das? Das sieht ja fast genauso aus wie das Linux Mint. Ich habe tatsächlich das Hintergrundbild geändert, dass ihr das fürs Video auch besser mitbekommt. Normalerweise haben beide den Standard-Hintergrund wie eh und je und dann können wir es quasi gar nicht mehr entscheiden oder unterscheiden. Von daher, genauso wenn ich jetzt hier in der Time Manager öffne oder hier das Menü öffne, ich denke, ihr seht die Ähnlichkeit. Ja, das Ganze ist auch eine Linux Mint Version, aber nicht basierend auf Ubuntu, sondern direkt auf Debian. Das heißt, man spart sich so ein bisschen den Umweg auf Ubuntu, denn jetzt kommt das Verwirrende. Ubuntu selber basiert auch auf Debian. Das heißt, wir haben einmal hier auf der einen Seite unser Linux Mint Debian Edition, LMDE 6, was direkt auf Debian basiert. Und auf der anderen Seite einmal das normale Linux Mint, was auf Debian basiert, in Anführungszeichen, weil es auf Ubuntu basiert. Also Ubuntu ist ja nochmal dazwischen. Ich denke, ihr habt das sofern ungefähr verstanden und tatsächlich würde ich mal sagen, die beiden sind sich super ähnlich in der Bedienung. Und jetzt ist natürlich die Frage oder kam auch in den letzten Wochen oder Monaten die Frage auf ich.com, sie auch ziemlich häufig in den Kommentaren gestellt und E-Mails geschrieben. Hey, Ubuntu soll in der nächsten großen Version, also im 2024, Snap immer weiter voranbringen, diese neue Paket-Technologie. Und sodass tatsächlich es noch wahrscheinlich schwieriger wird, für die Linux Mint Entwickler von dem Snap sich fernzuhalten. Denn die Linux Mint Entwickler haben sich gegen Snap entschieden. Das hat meiner Ansicht nach eigentlich auch ganz gute Gründe, weil die Entwickler von Ubuntu das versuchen mit aller Gewalt durchzudrücken. Und tatsächlich auch die Ubuntu Entwickler da ihre Hand drauf haben und quasi nicht andere groß mitbestimmen lassen, inwiefern der weitere Weg von Snap geht. Und da hat man sich gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite ist dann Flatpak entstanden, beziehungsweise hat dann mehr Aufmerksamkeit bekommen und das nutzt dann tatsächlich einmal Linux Mint. Der Vorteil von Snap und Flatpak ist, dass egal welches Linux man nutzt, wenn man ein Paket in diesem Snap- oder Flatpak-Format hat, dass man das auf jeden Fall dann auf der Linux-Distribution nutzen kann und ausführen kann, weil das halt eben alles mit sich bringt, sage ich mal. Und ich sage mal, angenehmer ist für den Endnutzer zu nutzen, aber auch für die Entwickler, weil man nur noch einmal seine Anwendung veröffentlichen muss und nicht auf jede Distribution gehen muss und jede Version von jeder Distribution und schauen, dass das Ganze läuft. Also es bringt schon einige Vorteile mit sich, aber Flatpak und Snap sind da ein bisschen zerstritten. In Anführungszeichen, vor allem von den Systemen her, ich sage mal, alle anderen Linux-Distributionen setzen auf Flatpak und die einzige Distribution, die auf Snap setzt, ist tatsächlich auch nur Ubuntu und deren Flavors, beziehungsweise Editionen. Das war es auch schon. Und jetzt haben hier eben einige Nutzer unter Linux Mint die Angst, dass das eventuell auch rüberschwappen könnte, beziehungsweise die Ubuntu-Version irgendwann so unbenutzbar wird, dass man eigentlich direkt auf LMDE 6 wechseln muss oder soll, weil dann haben wir da nämlich das ganze Snap- oder Flatpak-Drama gar nicht. Hier ist, glaube ich, auch standardmäßig ein Flatpak mit vorhanden. Schauen wir mal in die Anwendungsverwaltung, ob wir denn hier beispielsweise den Linux Assistant direkt finden. Ja, den finden wir hier direkt. Also Flatpak ist hier natürlich auf LMDE genauso, ich sage mal, vertreten und von daher ist wirklich die Benutzererfahrung zwischen Linux Mint und diesem Linux Mint Debian Edition, was wir jetzt hier gerade haben, super, super ähnlich. Jetzt ist aber die Frage, was sind die Unterschiede und sollte man wirklich jetzt von Linux Mint auf LMDE 6 wechseln? Und ich würde sagen, steigen wir direkt rein in das Thema und ich habe jetzt hier mir ein paar Vorteile, beziehungsweise Nachteile über die verschiedenen Distributionen aufgeschrieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ein gewisses Problem und ich habe keinen Vorteil gefunden, der auf der Hand direkt liegt, warum man LMDE nutzen sollte, außer dass man keinen Ubuntu-Unterbau hat. Das war es, ich habe keinen einzigen weiteren Vorteil gefunden. Vielleicht habt ihr noch ein paar, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, aber ich würde sagen, wir dröseln das einfach mal auf, warum denn das alles jetzt so läuft. Wir haben jetzt auf der einen Seite einmal unser Linux Mint und meiner Ansicht nach hat das gegenüber dem Linux Mint Debian Edition, also dem hier, nochmal viele Vorteile. Und zwar einmal, wir finden unglaublich viele Anleitungen im Netz. Allein wenn wir auf meinen YouTube-Kanal schauen, aber auch auf Foreneinträge und so weiter, wir finden viel, viel, viel mehr Anleitungen über Linux Mint direkt als über LMDE. Das liegt einfach daran, dass auch die Verbreitung von Linux Mint im Gegensatz zu LMDE, also die Entwickler haben tatsächlich mal vor ein paar Jahren eine Statistik gepostet und ungefähr so verglichen, wie viele Nutzer nutzen denn Linux Mint und wie viele nutzen denn LMDE prozentual gesehen und LMDE war glaube ich insgesamt bei 2% vielleicht und Linux Mint bei 98%. Also es war wirklich richtig, richtig drastisch, quasi super, super wenige Leute haben LMDE genutzt. Das widerspiegelt sich natürlich auch in den Anleitungen und das ist natürlich schade, vor allem für Leute, die sich nicht so gut unter Linux auskennen. Dann würde ich sagen, geht es weiter bei Linux Mint mit einem ganz, ganz großen Vorteil auch nochmal, vor allem wenn man einen Nvidia Treiber oder eine Nvidia Grafikkarte hat, dann haben wir hier nämlich einmal die Treiberverwaltung unter Linux Mint und ja, die funktioniert wunderbar und da kann man eben seine Treiber installieren und bei Linux Mint Debian Edition haben wir genau das Ganze nicht. Das heißt, man muss hier manuell bzw. selber seine Treiber installieren. Das funktioniert auch, wenn man weiß, wie es geht, da muss man aber tatsächlich dann auch in das Terminal eingreifen und sich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer informieren, okay, welche Version brauche ich denn wirklich? Ich zeige euch mal die spezifische Seite, wenn ihr das wirklich machen müsst. Für die Linux Mint Debian Edition hilft tatsächlich das Debian Wiki absolut aus und könnt ihr eigentlich auch immer gut verwenden, würde ich mal sagen. und wir haben hier einmal unsere verschiedenen Treiber, die man hier dann installieren kann. Debian 12 Bookworm wählen, hier haben wir sie. Ab hier solltet ihr dieser Anleitung folgen. Aber ihr seht, man muss sich ein bisschen durchkämpfen. Das geht schon für den etwas erfahrenen Linux Nutzer, aber ihr seht, für den Einsteiger ist das meiner Ansicht nach nicht praktikabel. Und dann haben wir tatsächlich auch nochmal eine weitere Sache, die mir einfach eingefallen ist. Ich sage einfach mal so, beziehungsweise was wir dann auch direkt dann sehen, und zwar hat Linux Mint selber, das normale Linux Mint im Gegensatz zum LMDE, mehr fortlaufende Updates. Wir haben sogenannte, ich nenne sie einfach mal Service Pack Updates, wie es früher bei XP, glaube ich, beispielsweise gab. Alle halbe Jahre kommt hier eine neue Punkt Release Version sozusagen raus, wo dann nochmal aktualisiertere Cinnamon Software und Linux Mint Tools und so weiter mitkommen. Das ist ziemlich cool und das ist bei LMDE dann Fehlanzeige. Aktuell ist LMDE zwar genauso modern, vielleicht sogar ein Ticken moderner als das Linux Mint. Das wird sich tatsächlich mit der Linux Mint Version 21.3 wieder ändern ab Weihnachten. Da wird die normale Linux Mint Version wieder aktueller sein für ungefähr zwei Jahre, sage ich mal, bis dann die neue Linux Mint Demand Edition wieder rauskommt. Denn die wird nur alle zwei Jahre aktualisiert, dann zwar auch auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellsten Stand, was zu kurzen Zeitpunkten sogar etwas aktueller sein kann als das normale Linux Mint, aber das schwingt dann relativ schnell wieder über. Eine Sache möchte ich aber dennoch nochmal drauf reinkommen, was vielleicht so ein halber Vorteil ist für Linux Mint Debian Edition. Und zwar aktuell ist beispielsweise dadurch, dass wir einen etwas moderneren Unterbau von Debian allgemein haben, im Gegensatz zur Ubuntu Version, dass wir hier ein etwas aktuelleres LibreOffice haben. Hier haben wir einmal die Version 7.4 auf unserem Linux Mint Debian Edition und auf unserem normalen Linux Mint haben wir aktuell die Version 7.3. Das ist tatsächlich ein kleiner Unterschied, ob der sich wirklich in der Benutzung für euch in irgendeiner Form irgendwo groß bemerkbar macht, wage ich mal zu bezweifeln, aber auf dem Papier ist hier Linux Mint Demand Edition eventuell ein bisschen aktueller von verschiedenen Softwarepaketen, was aber nicht unbedingt für den Kernel heißen muss. Denn hier kann Linux Mint auch jetzt schon aktueller sein mit der Kernel Version 6.2, die wir installieren könnten. Und bei LMDE haben wir hier aktuell die 6.1, die standardmäßig mitkommt. Auch wenn wir uns die Kernel Versionen da drüber anschauen, können wir jetzt hier eine 6.4 installieren. Bei der Ubuntu Version könnten wir aber auch schon sogar eine 6.5 installieren. Also von daher, die geben sich da wirklich nicht viel meiner Ansicht nach und diesen Punkt kann man meiner Ansicht nach auch wirklich vernachlässigen. Und dann würde ich sagen, wäre ist das eigentlich zu den groben Hard Facts gewesen. Ein Fakt, der hat mich wirklich überrascht. Ich habe jetzt hier meine beiden Systeme und checke einfach mal den Arbeitsspeicher. Kann man natürlich auch anders checken. Es gibt auch grafische Tools für, aber ich möchte das jetzt gerade so einfach wie möglich checken. Damals aktuell bei Linux Mint, der normalen Linux Mint Version, einen benutzten Speicher von 774 MB. Nebenbei, das ist das Linux Mint, was ich immer in ganz, ganz vielen anderen Videos schon mal gezeigt habe und ganz viel schon mitgearbeitet habe und installiert habe an verschiedenen Programmen und so weiter. Also das ist tatsächlich schon so ein bisschen in Benutzung, sage ich mal, für die Videos. Und hier das LMDE 6 habe ich heute Morgen frisch installiert. Tatsächlich haben wir hier einen viel, viel höheren Arbeitsspeicherverbrauch. Wir sind bei 1230 MB. Auch nach dem Neustart ist Linux Mint Debian Edition weit über dem normalen Ressourcenverbrauch von Linux Mint. Ist mir auch schon aufgefallen, als ich Debian XFCE mit den anderen verglichen habe. Das hat auch extrem viel Arbeitsspeicher gebraucht. Ich gehe davon aus, dass Debian einfach von Grund aus nicht stark Arbeitsspeicher optimiert ist. Ist für die allermeisten Systeme auch kein Problem. Wollte ich aber hier auch nochmal sagen, also man denkt ja vielleicht immer, dass Ubuntu eventuell viel, viel mehr Arbeitsspeicher braucht, weil Debian ja vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, grundlegender ist. Vielleicht nicht so viel mitkommt, sage ich mal, für den Standard Debian. Jetzt im Ressourcenverbrauch sehen wir das jetzt hier aber ganz klar nicht. Das ist ja auch schon bei anderen Debian-Versionen aufgefallen. Ist kein großer Weinbruch, absolut nicht. Ist aber hier auch nochmal ein Punkt, der vielleicht mehr ein bisschen für Linux Mint spricht, als für LMDE. Das wären die Vorteile gegenüber LMDE. Und ich muss sagen, ich habe selber keinen richtigen Vorteil von LMDE gegenüber Linux Mint gefunden, der wirklich ganz klar auf der Hand liegt, der sich für uns in der Benutzung in irgendeiner Hinsicht super lohnt. Der einzige wäre in Klammern sozusagen kein Ubuntu-Unterbau. Für uns aber in der Linux Mint-Welt ist das sowieso trotzdem eigentlich egal, weil tatsächlich die Linux Mint-Entwickler Ubuntu da schon, ich sag mal, so in Anführungszeichen kastriert haben, dass wir da eigentlich keine Auswirkungen in irgendeiner Form spüren. Wir haben kein Snap-standardmäßig installiert auf dem Linux Mint, was auch standmäßig erstmal nicht nachinstalliert wird. Und das ist tatsächlich meiner Ansicht nach schon eher insgesamt ein Punkt für Linux Mint. Und jetzt drehen wir den Spieß vielleicht um. Haben wir große Nachteile, wenn wir beispielsweise Linux Mint weiter nutzen? Also die normale Linux Mint-Version mit dem Ubuntu-Unterbau. Und ich sag ganz klar, nein, haben wir nicht. Ich würde sagen, wir merken keine großen Ubuntu-Züge von dem Linux Mint hier. Natürlich funktionieren viel, viel mehr Anleitungen und das ist ganz ein bisschen verbreitet, auch von spezieller Software her. Ubuntu hat ja schon lange kein Firefox mehr als APT-Paket, haben wir hier immer noch und bekommen das sogar direkt von Mozilla. Finde ich mega cool, auch schon früher, als es alle anderen Distributionen bekommen haben. Auch Chromium beispielsweise ist direkt als APT-Paket vorhanden, wenn man Chromium nutzen möchte und natürlich noch viele, viele weitere Browser. Wie gesagt, von Snap fehlt jede Spur und ich merke keinen Nachteil für einen Linux Mint-Nutzer, wenn man die Ubuntu-Version nutzt. Das spricht tatsächlich meiner Ansicht nach für sich. Habt ihr grundlegende Nachteile, wenn ihr LMDE nutzt, diese Linux Mint-Demian Edition? Und hier würde ich auch ganz ehrlich sagen, nee, habt ihr nicht, solange ihr euch ein bisschen mit Linux auskennt. Also wir haben ja schon gesehen, alles unter LMDE ist vielleicht ein bisschen manueller und das war's. Ansonsten würde ich sagen, hat man in Benutzung auch keine groben Nachteile. Ich selber nutze beispielsweise auf meinem Hauptsystem gerade sowas ähnliches wie Linux Mint Debian Edition und zwar nehme ich nur ein Debian mit Cinnamon, wo dann weniger Linux Mint-eigenes drauf ist, auf meinem Hauptrechner. Auf dem nehme ich hier gerade auch auf und das funktioniert grandios auch schon seit einigen Monaten. Ich bin jetzt ungefähr fast einem Jahr da drauf und würde auch erstmal nicht wechseln, weil halt eben hier alles genauso gut funktioniert. Aber genauso wechsle ich auf meinen anderen Rechnern, wo ich Linux Mint drauf habe, nicht auf LMDE oder auf andere Distributionen, weil dort halt eben auch alles so weit super funktioniert. Für mich. Von daher habt ihr auch unter LMDE keine weltbewegenden Nachteile, wenn ihr LMDE nutzt. Vorausgesetzt, ihr kennt euch ein bisschen mit Linux aus. Und das ist jetzt natürlich der Status Quo. Wie sieht es aber in der Zukunft aus, wenn Ubuntu sich immer mehr einschränkt und ich gehe davon aus, dass wir eine Ubuntu 26er Version sehen, also in 2026 ist meine Spekulation, ist nirgendwo offiziell verkündet, dass wir da aber tatsächlich das normale Ubuntu, wie wir es jetzt noch kennen, in den Hintergrund rückt und eventuell nur noch einmal veröffentlicht wird und allerspätestens 2028 haben wir das normale Ubuntu, wie wir es jetzt kennen, gar nicht mehr. Da gehe ich stark von aus, dass wir eigentlich nur noch Snap haben, solange Canonical die Richtung nicht ändert und es sieht absolut nicht danach aus. Bis dahin müssen wir uns, glaube ich, bei Linux Mint auch nochmal Gedanken machen, wie geht das weiter mit Linux Mint. Ich gehe nicht davon aus, dass die Linux Mint Entwickler irgendwann einknicken und sagen, ja gut, wir nutzen jetzt ganz groß Snap auf unserem System mit. Wenn wir es jetzt rein technisch betrachten, ist es jetzt absolut auch keine große Technologie, die wirkliche Fehler hat. Meiner Ansicht nach ist halt einfach die Politik von Canonical mit Snap nicht förderlich, vor allem, weil der Serverteil nicht Open Source ist. Gut, wie machen wir das? Meiner Ansicht nach schaffen die Linux Mint Entwickler auch noch in den zukünftigen Versionen, also mindestens noch in der 24 und ich gehe auch noch von der 26 davon aus, dass wir hier eine super gute Linux Mint Ubuntu Edition haben. Was die Zeit bringt in circa vier Jahren oder fünf Jahren, kann ich natürlich erstmal auch genauso wenig sagen wie ihr. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Berg runter und bis dahin kann ich auf jeden Fall mindestens empfehlen, jeden Anfänger vor allem auch Linux Mint zu nutzen. Wer LMDE nutzen möchte, einfach weil er ein bisschen mehr Spaß haben möchte, ein bisschen mehr rumbasteln will, der kann das natürlich auch jetzt schon machen, aber so generell empfehle ich weiterhin für jeden Anfänger Linux Mint, das normale Linux Mint. Ja, sollte es irgendwann doch mal eng werden, ich denke der Zeitpunkt, der ist realistisch irgendwann in der Zukunft, dass es wirklich technisch keinen Sinn mehr macht, auf Ubuntu aufzusetzen, dann bin ich mir ziemlich sicher, können wir alle gemeinsam von der Linux Mint Version auf die Linux Mint Debian Edition wechseln, über den Linux Mint eigenen Update haben. Sowas ähnliches haben tatsächlich der Hauke, der Micha und ich auch schon in einem Livestream vor ein paar Wochen versucht und probiert und haben das sogar halbwegs erfolgreich abgeschlossen. Wir sind von einem Linux Mint der Ubuntu Edition gestartet und sind durch Updates, durch das Umbiegen verschiedener Quellen auf Linux Mint Debian Edition gelandet. Das funktioniert und natürlich hat man da noch so ein paar seine Problemchen und wir waren noch nicht ganz fertig, aber grundlegend technisch ist das möglich und von daher gehe ich ganz stark davon aus, irgendwann sollte der Fall kommen, wenn das normale Linux nicht mehr funktioniert, dass dann die Linux Mint Entwickler einen Weg zeigen, wie man auf LMD E6 wechseln kann. Von daher gebe ich erstmal grünes Licht für Linux Mint. Wer ansonsten Linux Mint Debian Edition nutzen soll, der kann das auch jetzt schon machen. Euch hält keiner davon ab und von daher ist hier mein Video eigentlich auch schon am Ende. Was haltet ihr zu dem ganzen Thema? Was bevorzugt ihr? Was nutzt ihr vielleicht? Wie seht ihr die Zukunft? Würde mich auch mal sehr interessieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.